Jo Leute, Willkommen zurück zu Letters Play Minecraft. Ähm, ich muss schnell die Musik einschalten. Hehe. Schön. Mir wurde gesagt, die ist um einiges zu laut. Also mach ich das jetzt mal so. Gut. Im letzten Part haben wir hier aufgehört. Ich hab ein neues Extra-Pack drin. Und auch einen neuen Mod drin. Ähm, so. Jöööö. Boah, Alter, du kannst ja fliegen. Ja, ich kann nicht. Fuck you. Äh, passiert nix. Okay, genug von dem Spaß. Äh, okay, wir haben 17 Eisen. Nein, das kann man nicht putzen. Mhm. So. Du wirst hier gebraten. Und du wirst hier gebraten. Wir gehen gleich wieder auf Kohle-Suche. Gut. Und wir nehmen immer ein Stück Fleisch mit. Guckt, Forkshop lege ich wieder rein. Boah. Das ist zu viel Licht. So viel brauchen wir nicht. Oh, ich hab überlebt. Oh, ich hab überlebt. Okay, wir werden jetzt nicht mehr fliegen. Dich brauch ich. Ich hoffe mal, es ist nicht zu laut für euch. Aber ein bisschen möchte ich davon ja auch hören. Ich hoffe jetzt wirklich, dass es nicht zu laut ist. Ach, da hinten ist ein Kürbis. Darf ich da kurz hinfliegen? Nö. Komm, wir laufen. Äh. Oh. Äh. Ach, da. Danke für dein Fleisch. Äpiu. Ist hier irgendwo ein Zombie-Spawner? Ich hoffe doch mal. Nö. Ach, da ist hier Kohle. Meine Kohle. Meins. Bams. Rabe Dennis, an dich nochmal ein großes Dankeschön, dass du mir auch auf meinem neuen Kanal gefolgt bist. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Aber, äh, äh, trotzdem danke. Äh. Juh, äh, was ich noch sagen muss, ich wurde von der Schule berurlaubt, aber nicht, weil ich etwas angestellt habe, wegen familiärem Problem. Das heißt, es kommt jetzt wahrscheinlich, ähm, bis zum Dienstag mehr Folgen. Und wenn ich mit den Folgen uploade, so schnell weitermache, wie, äh, ich es gestern gemacht habe, also diese vier Folgen gestern, beziehungsweise drei, weil diese eine, äh, dritte oder zwei, die zweite war ja nur, äh, ganz wenig. Achso, da muss ich nicht fliegen, okay. Ähm, ja. Ihr könnt mich ja in den Kommentaren fragen, was das für familiäre Probleme sind, aber wenn es euch nicht interessiert, auch egal. Das hat euch ja eigentlich auch nichts anzugehen, aber wie ich, äh, treue Abonnenten kenne, fragen sie das sowieso. Also, kenne ich sie, ich kenne die aber nicht von mir, diesen Aspekt, ich kenne diesen Aspekt von German Let's Play. Nein, German Let's Play hat mich nicht abonniert. Das wäre auch mal zu bekloppt. Wenn so ein Let's Player Master mich abonnieren würde, ordentlich würde, meine Augen würden glänzen, vielleicht. Glück dazu, erstmal neue Kohle. Nein, 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 nein. Fucken, 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 da fuckle ich nicht lang. Ich hasse diesen Spruch irgendwie. Ich werde euch vielleicht in die Beschreibung ein Anime-Ding posten. Sollte ich das vergessen, schreibt es mir, ich werde es definitiv nachholen. Ich mach's琴, das wirklich wasried, das habe ich mich über Freundin. Ich bin natürlich inevit 경osa Menü, das ist, das ist ja me gonna, lass uns. Oh f**k! Komm doch! Gut. Kann auch da. Ich mag ganz auch. Ihr seht jetzt wahrscheinlich. So, jetzt muss es wieder besser sein. So. Noch mehr Sticks? Gut. So. 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 Okay... So. 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 und die kohle suchen zu gehen und dann, oh Gott, äh oh 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 fuck ah aui ich muss essen mampf, mampf, mampf mampf du 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 fuck ja huuuu 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 äh, jetzt fliegen war irgendwie ziemlich dumm sorry für dich zu schicken ach wollte ich nicht die kürbis haben huuuu 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 huuuuan huuuu 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 Hah huuuu 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 Mir fehlt ein Platz zum Schlafen, weil ich will mich nicht hier einfach in die Ecke legen, aber okay. Ich will euch mal was zeigen. Bohnen, Mehl, Pilz. Mehr brauche ich nicht. Ist zur Zeit, glaube ich, noch etwas verpackt. So war das jetzt nicht gedacht. Achso, ich glaube, der ist zu nah an meinem Haus und kann nicht größer werden, nur der ist wahrscheinlich genauso groß. Moment, Haus. Oh, wow. Wow, zwei Eier. Willst du auch in meine Pilz-Sammlung? Dann pflanz dich hier hin. Was blockiert ich denn jetzt wieder? Boah, geil. Ich bin gespannt, wann die 1.9 real... äh, oh Gott, ich hab's irgendwie voll mit meinen Real Life. Ähm, ich bin gespannt, wann die richtige 1.9 rauskommt. Oh, süchtig. So viel Kohle. Ihr habt gemerkt, ich bin wieder auf Misas Pack umgestiegen. Das hat einen Grund. Und zwar hat das Pack von, äh, Hannibal einen Bug. Und zwar das Gunpowder. Ist nicht zu sehen. Also, es ist kaum zu sehen. Das sind irgendwie nur so Dinge ins... Entweder soll das so sein, dann werd ich es wieder reinräumen. Oder sonst wie. Warum hab ich mir keinen Schere gemacht? Ich bin löder. Ey, das sieht so geil aus. Das Haus im Vergleich sieht sowas von Dreck aus. Wachbar. Na embaixo. Wachbar. Ja. Was war's.